so einen wunderschönen guten morgen live aus unserem studio herzlich willkommen das denn hallo christoph herzlich willkommen liebe klubmitglieder liebe gäste zum market round kv 14 das erste quartal ist vorbei das denn das erste quartal 2023 das bösen jahr hat ja gut begonnen für viele anleger zumindest um am ende des ersten quartals auch noch mit schlusssport was die aktien indizes angeht was war dein highlight des ersten quartals 2023 schon so viel passiert christoph also ich glaube wir haben ja dieses erste quartal ziemlich turbulente zeit gehabt einen guten abschluss ja genau highlights würde sagen ist somit die letzte woche da war es ja sehr positiv wir gucken mal mit rein ich glaube das bankenthema hoffen wir noch gut zu überstehen ich glaube das wird sich noch ein bisschen niederschlagen vielleicht nicht in der großen krise die wir erleben werden aber ich glaube die banken werden ein bisschen risikoaverser werden das werden wir ab und zu merken das wird sich so ein bisschen auf die gesamtentwicklung schon auswirken aber grundsätzlich glaube ich habe einen ziemlich positiven jahresstart kommen wir gleich mal rein und gleich los sollen auch die themen heute sein also gucken auf die inflationsentwicklung da gibt es letzte woche ja zahlen zu die ölpreise ja auch die steigen wieder diese woche haben wir jetzt gehört es gibt neue ölpreisfördermengen oder beziehungsweise ölfördermengen sich natürlich schön direkt auf den ölpreis sind ausgewirkt haben und wir gucken uns heute sportschuhe an das kann man so in summe zum heutigen market roundup sagen und ja wir starten direkt mal rein in das was im letzten jahr passiert ist im dax und ihr seht es wir bewegen uns hier im laufe des jahres natürlich turbulent aber in der letzten woche insbesondere wieder stark nach oben das quartal ist vorbei der dax hat ungefähr elf prozent in den letzten drei monaten zugelegt die investoren in summe freut und das ist natürlich auch genau das was sich hier wieder spiegelt also grundsätzlich positives momentum und ja das ist auch das was wir so in der woche gesehen haben treppchenweise nach oben haben positive daten zum verbraucherpreisindex der ist weniger stark gestiegen als gedacht das haben wir in der woche gesehen zum anfang der woche gab es dann auch noch ein bisschen entspannung in sachen bankenkrise bankenwelt das heißt schön treppchenweise nachdem wir letzte woche ja doch noch den bogen hatten sind wir diesmal wirklich schon treppchenweise nach oben gestiegen also eine sehr positive woche gehabt und das zeigt sich auch wenn wir in richtung usa blicken aber das ganze tendenziell noch etwas extremer zu sehen wir sehen hier diese hohen spitzen sowohl beim jones beim nasdaq als auch beim s&p 500 und die sehen wir insbesondere wenn wir in die woche blicken ein sehr positives momentum insbesondere am letzten freitag die die aktiv waren am markt haben das bestimmt mitbekommen auch hier haben die quartale geendet der russell 1000 ist 14 prozent im plus gewesen das heißt auch die kleinen unternehmen haben das quartal in summe gut überstanden haben sehr positiv eigentlich reagiert und man sagt ja die kleinen sind so ein bisschen flexibler oftmals in der justierung deswegen haben die auch ein sehr positives quartal gehabt der nasdaq natürlich am stärksten sehr tech-lastig zinslastig man ernt ja dass die zinsen jetzt doch weniger stark steigen bzw der markt wettet an vielen stellen schon wieder darauf dass es auch die ersten zinssenkungen gibt das heißt der nasdaq war in diesem quartal in summe 17 prozent im plus der dow jones kann es tatsächlich nur auf ein prozent plus gebracht der ist so ein langsames behäbiges schiff was wieder ja leicht steigt natürlich auch deutlich weniger tech und technologie und sind auch wachstums lastiger der s&p 500 so gut in der mitte 7,5 prozent im plus der ist ja so die ausgewogenste mischung und es ist auch ziemlich das was wir in dieser woche an positiven momentum gesehen haben das heißt der dow jones hat hier so ein bisschen nachgeholt sehr positive woche der nasdaq einen relativ schwierigen start zu beginn der woche wir haben daher noch die ein oder anderen ungewissheiten auch in der bankensektor gesehen die zinsauswirkungen sind da ungewiss aber auch der s&p 500 hier auf der rechten seite der dann aber glaube ich in summe mit alle einen sehr positiven start in die woche haben gucken wir noch mal weiter auf den hangzeng und den nikkei auch da gab es wieder die ein oder anderen news beide ziemlich positiv geworden insbesondere auch von der einzelnen nachrichten nach oben gezogen worden gucken wir jetzt gleich mal an alibaba die überlegen sich aufzuspalten damit 20 prozent letzte woche gestiegen sind und natürlich schon einer der großen schiffe in diesem markt sind und dementsprechend auch den markt deutlich nach oben ziehen und das sehen wir auch wenn man tatsächlich in die woche blickt blickt mitte der woche gab es ja diese ankündigung das heißt da hat man deutlich positives momentum insbesondere natürlich im hangzeng gesehen aber es hat auch irgendwie mit mit nach oben gezogen in japan haben wir auch immer wieder neueste news dass die dividenden aktien dort sehr gut laufen die indizes erreichen da aktuell seit jahresbeginn neue allzeithochs und da läuft das dividendengeschäft also auch sehr gut grundsätzlich muss man sagen wurde der wachstumsausblick in den staaten in asien zum ende der woche beziehungsweise anfang dieser woche etwas gesenkt das heißt man erwartet etwas weniger starkes wachstum als man es vorher noch gedacht hat im asiatischen raum ausnahme ist so ein bisschen china da erwartet man etwas besseres wachstum als noch vor kurzer zeit da sind wir also jetzt im gesamten asien nur noch bei 4,7 prozent bei china so bei 5,1 prozent gerade wieder damit trotz dessen in beiden fällen eine deutliche diskrepanz zum europäischen markt der ja leicht sinkt beziehungsweise nur leicht wachsen soll aber in china sind ja alles unter 10 prozent schon fast in der rezession ja genau so ist es wir gehen mal weiter in die news der woche denn da ist eigentlich noch mehr passiert als an den einzelnen märkten wo einfach ein sehr positives momentum sehr viel positive hoffnung geherrscht hat wir haben ja ich habe es gerade eben schon angesprochen alibaba ganz vorne mit dabei gehabt die überlegen sich aufzuspalten also ist ja oftmals schon im gespräch gewesen man hat eigentlich große operative geschäftsbereiche und es deutet sich halt da schon an dass die einzelnen geschäftsbereiche wahrscheinlich mehr wert sind als das große konglomerat haben wir ja oftmals auch schon im market runter besprochen dass da wirklich in vielen segmenten ja man dazu tendiert wirklich eigene segmente zu haben und eigene geschäftsbereiche zu haben und auch das war thema bei alibaba die aktionären hat sehr gut gefallen 20 prozent war die aktion ungefähr plus man hofft natürlich auch so ein bisschen dass man dadurch den druck der regulierung einfach entgegen wirkt und man nicht so stark darauf gebremst wird dass man zu groß wird zu mächtig wird sondern halt dann eher kleinere effektivere und auch in der regulierung dann nicht so kritisch gesehene segmente hat die solar aktionäre wird freuen sma solar das deutsche quasi photovoltaik unternehmen unter den photovoltaik herstellern hat sehr positive zahlen geliefert sehr positiven ausblick geliefert 30 prozent war die aktie im plus und ja man hofft oder glaubt eigentlich weiter an sondern sehr positiven wachstumsmarkt was die photovoltaik und solarbranche betrifft weil mehr man eigentlich das so als einer der wenigen gut skalierbaren komponenten sieht um flächendeckend auch erneuerbare energien einzusetzen die tage werden jetzt die atomkraftwerke bei uns hier auch dicht gemacht oder sollen dicht gemacht werden und das ist natürlich die große frage wie schaffen wir es diese fehlende energie zu überbrücken und davon sagen müssen wir schon kreativ werden aktuell kaufen wir dann einfach atomstrom aus frankreich ein das sollte jetzt nicht die langfristige lösung des problems sein und somit hofft man da natürlich auch auf erneuerbare energien tui hat ja nicht so gut performt in der woche kann man so sagen grundsätzlich aber eigentlich eine positive idee gehabt dass man hat es eine kapitalerhöhung stattfinden lassen oder eine aufgenommen und möchte damit eigentlich die corona hilfen an den start zurückzahlen ihr kennt das aber trich schon seit langer zeit ein problemfall kann man so sagen kommt nicht so richtig aus der krise schon lange zeit zu kämpfen mit insolvenzproblem eigentlich kommt nicht so richtig in die profitabilität rein und ja jetzt hofft man eigentlich dass man so stetig das ganze wieder vom grund auf aufbauen kann und auch von dem langfristigen wachstumsmarkt in der branche der tourismusbranche profitieren kann wer sehr positiv noch performt hat war hennesse in mauritz h&m hier bekannt er hat nach langer langer zeit mal sie wieder sehr positive zahlen geliefert und das liegt daran dass sie verstärkt merken dass die menschen sich wieder interessieren für günstigere klamotten nachdem wir der zeit hatten in der sehr viel liquidität sehr viel kapital am markt war haben die menschen auch sehr viel geld für ja man kann es sagen hochpreisige klamotten ausgegeben und jetzt merkt man doch man spart und dieses sparen und diese alltagssocken hosen einfach alltagstextil klamotten sind wieder gefragt und dementsprechend auch sehr gefragt bei h&m die bruttomarge war besser man erhofft sich auch eine neue höhere profit marge im nächsten jahr man möchte mit diesem der neuen plattform die man aufgemacht hat im second hand handel durchstarten und ja das war seit langer zeit mal wieder eine der positiveren nachrichten von h&m ich glaube das war so die positivste tag der h&m aktie in den letzten 20 jahren ja jetzt hofft man natürlich darauf aufsatzen zu können es war aber auch mal zeit denn die aktie ist in den letzten jahren sehr unter die räder gekommen okay aber die die grund der grundgedanke dahinter der grundmessig dahinter ist menschen achten wieder ein bisschen mehr aufs geld und dann ist eben h&m eine gute alternative um shoppen zu gehen genau so ist es also es ist halt so man gibt weniger geld auf für sachen die man nicht braucht es ist eine klassische rezessions gedanke insbesondere natürlich in der breiten masse während die luxus güter und die luxus unternehmen immer noch profitieren weil die reichen meistens immer noch genug kapital haben der breite durchschnitt der doch irgendwie darauf achten muss ja wo versenkt er sein kapital und davon profitieren einfach unternehmen die günstig auf die breite masse skalieren können wir haben aber noch ein bisschen was mehr diese woche war es war wirklich einiges los der ein oder andere als mitbekommen die leoni ag ein autozulieferer der eigentlich schon wieder pleite war jetzt dann wieder ein bisschen gerettet wurde dann gab es jetzt doch wieder ein sanierungskonzept jetzt ja gibt es eigentlich ein neues sanierungskonzept und das skurrile an der ganzen geschichte ist eigentlich dass dieses sanierungskonzept vorsieht dass die aktionäre quasi leer ausgehen und kein kapital erhalten sondern ja eigentlich muss man sagen pleite sind zumindest was ihre aktien betrifft noch trotz dessen wird hier wieder quasi aktiv gehandelt mit den aktien von leoni da sind einige zocker unterwegs und handeln die aktien nach oben und unten mal gucken was dieser sanierungsplan bringt eigentlich hat man aber ein delisting und eine also eigentlich wird die aktie vom markt genommen demnächst aber die aktie steht ja auch bei 80 cent oder sowas genau was natürlich handelt dann mit wilden prozentsätzen aber einfach nur das ist nur spekulativ es ist eigentlich nur eine zockerei kann man sagen also wenn beschlossen wurde dass die aktionäre eigentlich leer ausgehen sollen dass man sich dort man die aktie eigentlich nicht haben mit den gläubern dann sollte man eigentlich nicht gewillt sein diese aktie zu haben aber man sieht es auch 161 prozent trotzdem leoni ag eigentlich natürlich ein autozulieferer der ein bisschen tradition hat also glaube ich ganz interessant zu verfolgen was da weiter passiert den einen anderen chip freund wird es auch freuen intel hat ja diese investoren präsentation vorgelegt hat zukünftige pläne für seine rechenzentren vorgelegt zufällige pläne wieder dafür wieder den alten markt macht anteil zurück zu haben also die andere die vormachtstellung wieder zurück zu erobern dass all das möchte intel schaffen neue chips sollen kommen wieder fokussierung aufs kerngeschäft und 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 grundsätzlich kann man sagen hat die aktie in den letzten tagen sehr gefreut wer es sehr verfolgt hat jetzt ist sehr positiv entwickelt und auch an diesem tag mal gucken wie es dort weitergeht ja die aktie ja auch stark unter druck gewesen das ganze jahr schon hat aber jetzt fast 20 prozent zugelegt seit den letzten tiefs genau und wurde auch dividende zurückgestrichen das heißt jede zukunftsfantasie wird aktuell natürlich erst mal auch im aktienkurs gehandelt weil er wenig ausgeschüttet wird und deswegen sieht man jetzt erst ist die firma deutlich gefallen aufgrund der ganzen rückgang der nachfrage und so weiter und jetzt wird jetzt in die zukunft geguckt wird dann wird das potenzial natürlich jetzt alles über den aktienkurs irgendwo auch niedergespiegelt man ist wieder mehr in richtung wachstum unterwegs das merkt man einfach das ist gerade so ein bisschen der shift den man sieht in der geschäftsentwicklung und gerade wird sehr positiv aufgenommen mal gucken wie sich das in den nächsten monaten weiterentwickelt wir gehen weiter in unser market unter mitglieder depot da kaufen wir die titel ein die wir hier besprechen die wir zusammen als ganz gut erachten oder nicht beziehungsweise auch ihr als gut erachtet oder nicht letzte woche haben wir uns ja für mgm resorts entschieden wir haben sie ja mal dazu gekauft die haben sich sehr positiv entwickelt kein wunder werden auch eine sehr positive woche kann man sagen aber die aktie ist sechs prozent im plus seit unserem kauf ja linde shimano lvm asch all das sind natürlich positive große schiffe wir haben immer noch die pro 7 sat 1 aktie die wir glaube ich immer noch am tiefpunkt erwischt haben wir haben aber natürlich von novia die uns gerade so ein bisschen hier nach unten ziehen auch biotech die uns nach unten ziehen hier muss man aber sagen gab es in den letzten tagen auch ganz positive nachrichten man sieht es hier die haben sich neue oder neue man hat neue zuversicht insbesondere in zwei krebs studien in denen man sich auch jetzt schon die nächsten schritte in diesem zulassungsprozess irgendwie gesichert hat und hofft natürlich da den umsprung zu schaffen und wenn man das schafft und die liquidität die man über die letzten jahre gesammelt hat gut nutzen kann ist da natürlich deutliches potenzial vorhanden dabei hat sie jetzt auch eingekauft in andere licenzen und wird wahrscheinlich somit auch marktzugang für ihre eigene medikamente irgendwann bekommen ähm ok aber aktuell sind noch 66.000 im barbestand genau hast du was wird als nächstes gekauft ja das wollen wir uns mal angucken wir besprechen heute das thema sportschuhe beziehungsweise sportartikel generell und dazu wollen wir uns heute einmal on angucken und der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen sind insbesondere natürlich der fan des joggens laufens marathons denn dafür sind diese schuhe bekannt die müssten was von der marke schon mitbekommen haben ich muss sagen ich persönlich bin kein großer fan des laufens ich mache gerne andere sportarten ähm ich habe deshalb noch keine schuhe von on ich weiß nicht christoph wie es bei dir aussieht ich bin ja sowieso also bei schuhen ähm ganz picky vor allem meine füße sind nicht also ich habe normale füße das kann man jetzt nicht sagen aber ich mag es sehr viel komfort an den füßen zu haben das heißt aber ich probiere da auch nicht viel aus habe da so meine aber ich kenne nur adidas puma ich kenne so die großen sportmarken von on habe ich noch nie was gehört ich wollte gerade sagen das solltest du ja vielleicht mal on anschauen denn die sollen genau dafür ausgerichtet sein also die haben ein neues man kann man sagen patentiertes dämpfungssystem eingebaut dadurch sollen die schuhe sehr komfortabel sein sehr leicht sein ähm und das sagt auch jeder sporthersteller muss man nochmal sagen insbesondere in sich wie oft gibt es diese werbung mit keine ahnung mit was dann alles für dämpfungs elementen drin sind und speziell für läufer und hast du nicht gesehen absolut absolut ich muss sagen die schuhe sehen so ein bisschen anders aus ich habe leider kein bild mitgemacht aber da sind diese löcher in den sohlen ich glaube das hast du vielleicht auch schon an der einen oder anderen stelle mal gesehen gibt es jetzt auch schon hier und da öfter ähm ist aber tatsächlich relativ neu und ist mit der marke so ein bisschen aufgekommen aber spannend ist ja eigentlich dass es eine laufschuhmarke oder eine schuhmarke gibt die versucht sich gegen die ganz großen da gibt es ja wirklich eine ganze menge große schon am markt zu behaupten die story bin ich heute gespannt genau die ist auch relativ wie gesagt relativ erfolgreich in dem 2010 gegründet worden ähm in dem ersten jahr wurden auch schon die ersten schuhe verkauft von on mit diesem neuen laufsystem wie gesagt insbesondere am anfang laufschuhe dann aber immer mehr und mehr auch in richtung freizeitschuhe wanderschuhe es gibt ein ganzes sortiment von unterschiedlichen schuhen ähm es gibt mittlerweile auch mehr als schuhe natürlich gibt es auch passende cappies und 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 der kern liegt aber eigentlich wirklich in diesen schuhen und in der schuhmarke und das was äh die marke damit verbindet das ist eigentlich kann man so sagen ein bisschen so eine lifestyle marke also es ist was modernes was cooles äh onschuhe zu haben so scheint es mir zumindest also tendenziell würde es eher in der jugend bekannt sein als in meinem alter weil ihr habt davon nicht was gehört weiß ich nicht weiß ich also ich wie gesagt eigentlich ein sportschuh ähm man muss aber sagen relativ schnell expandiert kommt ursprünglich aus der schweiz das unternehmen ähm 2010 dort gegründet wie der traders club genau 2013 in verschiedene länder gekommen genau wie der traders club ähm millionenprodukte mittlerweile verkauft ähm auch in deutschland und insbesondere auch den usa mittlerweile aktiv ähm relativ bekannt geworden dann erst so ab 2018 2019 dann ist unser beliebter tennisspieler auch in schweizer der roger federer in das unternehmen eingestiegen hat anteile quasi erworben hat damit auch die marke vertreten trägt die marke auch immer bei allen möglichen sport events redet natürlich besonders gut von dieser marke machen die auch wirklich tennisschuhe oder es ist die machen auch tennisschuhe also die machen wirklich schuhe für ja das breite segment und schuhen und wofür man rein fragen ich habe die klubmitglieder schon on kennen gerne gerne also vielleicht gibt es den ein oder anderen fanatiker aber auch was das joggen laufen und 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 betrifft und kann ein bisschen was dazu sagen grundsätzlich muss man halt sagen ähm ja ist das unternehmen in der letzten zeit sehr stark gewachsen und auch sehr stark expandiert und ähm ja weist immer noch sehr starkes wachstum auf und ich war auch ein bisschen überrascht wenn wir uns mal den snapshot angucken ähm dann kann man nämlich sehen 2010 gegründet dann vor kurzem an die börse gegangen und ähm ja hat aber ja deutliches umsatz wachstum trotzdem im letzten jahr verzeichnen können 70 prozent und das ist auch so ein bisschen der grund warum ich das heute einmal angucken wollen in die letzten quartalszahlen sind jetzt vor kurzem rausgekommen darauf ist die aktie nochmal um ja fast 30 prozent gestiegen und das sieht man halt hier in diesem kleinen fuß der hier nach deutlich nach oben gegangen ist natürlich muss man sagen wenn man zum ipo eingekauft hat ist man wahrscheinlich immer noch nicht glücklich wir hatten hier das große jahr des hypes kann man so sagen das große jahr in dem sehr viel liquidität im markt war die ganzen jungen wachstums unternehmen ja sehr 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 gefragt waren das ist natürlich hier abgefallen aber muss man sagen man bewegt sich hier wieder in die richtige richtung und das liegt daran dass man ja ein 70 prozentiges umsatz wachstum quasi verzeichnen kann im jahr ist man 81 prozent gestiegen man muss sagen 70 prozent umsatz wachstum mit einer positiven profit marge und das war jetzt die erste positive profit marge die das unternehmen auch wirklich verzeichnen konnte und das ist natürlich eine besondere für die besag wir tragen seit jahren nur noch unschuhe es scheint also schon durchaus scheint durchgedrückt eine frage habe ich kurz mal also ich sehe die cross marge also wirklich was mit jedem produkt letztlich an marge drin ist von 56 prozent das kommt mir für einen sportartikelhersteller echt hoch vor oder täuscht das das ist auch genau der punkt warum das aktuell so ein beliebt ist ich habe gleich mal den vergleich noch mal mitgebracht mit nike und puma und adidas einfach aus dem grund ihr wisst es ja ich vergleiche immer sehr gerne unternehmen mit anderen unternehmen so wie du es gerade angesprochen hat und die großen marge ist tatsächlich ein bisschen höher als bei der konkurrenz und da muss man auch sagen die konkurrenz ist natürlich die letzten zeiten auch ein bisschen unter druck geraten also wer es mitbekommen hat nike adidas puma die hatten alle so irgendwie ihre probleme und vielleicht ist das auch so ein grund warum on da gerade so ein bisschen profitiert aber du hast halt vollkommen recht die cross marge ist relativ hoch im vergleich zur konkurrenz und das liegt einfach an dem schlankeren system der marke also viel wird direkt übers internet verkauft gibt einen sehr modernen shop es gibt diesen lifestyle die man irgendwie so ein bisschen verkauft und es ist auch nicht gerade günstig muss man okay dann noch eine frage ob ich das vergleich 2022 2021 drauf wann kommen die 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 zahlen für also 20 22 ok genau aber eine frage marco sagt der kv schon sehr hoch ich schätze mal liegt daran dass das gerade so profitabel geworden sind ja also man ist noch sehr am rande der profitabilität können aber dann wenige stellschrauben sein die dann schon das kv relativ schnell in normale richtung bringen was wir so kennen 20 30 40 aber man ist halt gerade so am der profitabilität man muss sagen wir sind gerade über die profitabilität gesprungen und man sieht extrem dass man sich hier so ein operativer level zeigt das heißt man sieht extrem dass man über die skalierung es schafft die kosten die nicht skaliert werden müssen also alles was operativ an fix kosten da ist dass das jetzt deutlich besser abbildbar ist und das ist auch der grund warum über diese schwelle gesprungen ist die kosten sind natürlich auch gestiegen aber nicht in dem maße gestiegen wie halt der umsatz gestiegen ist und dementsprechend zeigt sich ja ganz deutlich dass man auch in den nächsten jahren wenn man das umsatzwachstum bei behält deutlich profitabler sein wird wenn man natürlich wie gesagt die kosten weiterhin im griff hält was gerade sehr positiv im letzten geschäftsjahr schienen und da dementsprechend auch so eine sehr positive reaktion auf die quartalszahlen gegeben hat man muss grundsätzlich sagen man hat einfach eine andere geschäftsstruktur als die größeren anderen sport der stelle sind einfach viel breiter aufgestellt es gibt viel mehr produkte im produktsegment man stellt sich auch hier breiter auf weil auch diese anderen produkte im produktsegment teilweise sogar noch profitabler sind aber dieses die to see business was sehr gut läuft muss man schon sagen ja wo man einfach produkte über den eigenen onlineshop verkauft ist somit der grund warum man eine hohe profitabilität erreicht man erzählt auch deutlich mehr umsatz als pro mitarbeiter als vergleichbare größere unternehmen und das zeigt sich schon ja ganz gut dass man eigentlich auch daran glaubt weiter wachsen zu können also man hat das inventar aufgestockt das sieht man in den geschäftsberichten man glaubt dass man das inventar über neue shops auch weiter vertreiben kann man hat neue büros eröffnet also das unternehmen selbst glaubt schon sehr an sein wachstum es ist so die frage ja glaubt man selber denn auch irgendwie daran oder glaubt man ja dass das wachstum doch zurückgehen wird man muss sagen die prognose war sehr positiv liegt jetzt ungefähr bei 40 prozent umsatzwachstum fürs nächste jahr aber halt nicht mehr bei 70 so wie im letzten jahr also auch hier merkt man schon natürlich dass das umsatzwachstum zurückgeht weil man es natürlich immer schwerer hat ja seinen wachstumszahlen hinterher zu kommen grundsätzlich muss man sagen war das doch eine überraschung dass sie profitabel gewesen sind viele haben gedacht es gibt noch mal einen verlust und dementsprechend kommt auch dieses hohe kgv zustande und man ist aber sehr positiv aufgestellt man investiert noch ziemlich viel das sieht man hier oben im cashflow also viel geld wird noch weiter in gebäude und 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 investiert der verschuldungsgrad ist aber in einem guten rahmen das liegt einfach daran dass man natürlich viel geld über die ipos eingesammelt hat und das jetzt einfach nutzen kann wie die nächste zeit wenn wir uns mal so die pro und contra liste angucken da muss man sagen hat mir ein überdurchschnittliches wachstum am markt und somit auch eine bekanntheit man hat diese lifestyle marke kreiert man hat ja einen sehr guten shop kreiert mag es kann schon gut sein dass man junge leute anspricht aber der schuh hat auch sehr gutes feedback muss man sagen es gibt viele die wirklich begeistert sind von dem patent dazu kann ich muss sagen relativ wenig sagen weil ich bin wie gesagt nicht so der superläufer ich trage auch sehr gerne sehr bequeme schuhe tatsächlich aber eher weniger sport schuhe und deswegen bin ich ganz gespannt und fand es auch interessant zu hören dass hier der eine oder andere schon gesagt hat sie tragen diese schuhe auch nur vielleicht sollten wir das auch mal zulegen um das ganze auch bewerten zu können man hat ein bisschen größere hohe margen als einfach alternative unternehmen oder die konkurrenz gucken wir uns gleich noch mal an man breitet sich auf weiteres wachstum vor man glaubt auch dass man in den nächsten jahren weniger probleme was hat was die lieferketten betrifft weil man hat echt viel umsatz auch im ausland eigentlich befindet sich nur noch dieses technologie center in der schweiz wo man die schuhe und alles entwickelt produziert wird schon lange nicht mehr dort sondern produziert wird natürlich extrem viel in fernost und umsatz befindet sich aber sehr viel auch in den usa das heißt muss muss viel verschiffen in dem letzten jahr muss man deshalb auch viel mit flugzeugen ja flugzeugen umsetzen weil ja einfach die schiffskapazitäten natürlich nicht so hoch waren und man hofft aber eigentlich dass das wieder zurückgeht und man die margen tatsächlich noch weiter verbessern kann man muss sagen grundsätzlich gibt es eine starke konkurrenz in diesem sportartikel geschäft also auch wenn man nicht genau das patent abbildet wird natürlich die konkurrenz was sehr ähnliches bauen das sieht man jetzt auch gerade schon und das unternehmen lebt schon sehr von der marke also ich kann jetzt persönlich selber schlecht einschätzen ob der schuh jetzt wirklich so viel besser ist als ein alternativer schuh aber das ganze lebt schon sehr von der marke von dem lifestyle einfach des produktes und wenn man sich das ganze mal im vergleich anguckt ich habe das hier mal aufgelistet sieht man links hier die on holding ag daneben puma und daneben adidas und warum ich eigentlich diesen vergleichen das erste mal gemacht habe ist weil es erstaunlich fand dass die tatsächlich schon etwas größer sind als puma muss sagen der kurs euro schweizer franken ist gerade so ungefähr bei eins zu eins also relativ zu vernachlässigen man macht aber deutlich weniger umsatz also deutlich deutlich weniger natürlich wenn man andere wachstumszahlen hat man macht auch deutlich weniger gewinn und das in dem feld muss man sagen wo halt puma und adidas auch momentan stark unter die räder gekommen sind also das sondern adidas hat natürlich ja mit easy und diesen ganzen problemen mit kanye west die ganzen marken das ist ja so das neueste dass die sportmarken auch hier diesen lifestyle haben wollen das heißt immer wieder bekannte persönlichkeiten mit ihren produkten ausstatten das nach außen zeigen das haben hat adidas auch gemacht teilweise sehr schmerzhaft wie greg naik hat das auch schon gemacht teilweise sehr schmerzhaft und ja das zeigt sich ja so gerade so ein bisschen bisschen in den margen und natürlich aber auch in den gewinnen weil die großmarsche und die profit marge liegen dadurch über den anderen konkurrenten und das muss man sagen halt bei eigentlich einem unternehmen was gerade erst einen profitablen bereich gerutscht ist das heißt die fantasie dass man in zukunft noch profitabler sein kann ist natürlich schon vorhanden cashflow technisch muss man sagen sieht man hier natürlich doch viele investments aber auch in diesen bereichen das heißt trotz einem kgv von 157 ist man eigentlich in dem bereich wo man natürlich sehr sehr hoch ist aber wo man einfach sieht dass die konkurrenz teilweise auch probleme hat und deswegen auch teilweise sehr hohe kgf aus hier an den tag bringt ich finde den vergleich ganz spannend weil so sieht man mal wie schnell so börsenbewertungen doch hochgehen können im vergleich zu doch traditionelleren unternehmen die doch deutlich profitabler sind auch wenn sie gerade in schwierigen zeiten sind also sagen adidas hat auch gerne schon mal zwei milliarden an gewinn gemacht sind natürlich auch eine ganze ecke größer aber auch puma hat so seine probleme und definitiv auch schon mal profitabler zeiten gesehen ihr kennt das spiel in dem vergleich ihr dürft euch jetzt gerne entscheiden ob wir on bei uns mit ins portfolio packen ich würde mich auch freuen über noch weitere meinungen dazu ob die schuhe denn gut sind oder nicht falls sie noch jemand getragen hat fände ich einfach mal ganz spannend zu wissen wir gehen in der zeit noch mal weiter und ich sage es jetzt schon seit wochen die earnings hier sind geht so langsam vorbei man muss sagen so langsam geht sie wirklich vorbei sind nur noch vereinzelt ihr kennt das sind auch immer die gleichen vereinzelten die wir hier am ende zeigen msc lewis wd 40 die die kompanie um das eine produkt und das eine produkt haben tatsächlich auch mehrere produkte aber wenn ich wird sich natürlich auch sehr bekannt und immer noch so ein verkaufsrenner muss man sagen und ja die woche steht auch einiges an obwohl wir eine kurze woche haben die rohöl lager bestände sind natürlich jetzt im fokus wir haben gesagt letzte woche oder anfang dieser woche wurden die fördermengen gedrosselt der ölpreis ist wieder um knapp zehn prozent gestiegen und jetzt ist natürlich die große frage ja wie wirkt sich das auch auf die rohöl lager bestände aus wie viele rohöl lagerstände sind vorhanden das hat sich ja eigentlich positiv entwickelt in den letzten monaten muss man mal gucken wie sich das weiterentwickelt industrieproduktion in deutschland ist steht natürlich in fokus weil man einfach gucken möchte wie gut entwickelt sich auch das geschäft wie gut entwickelt sich die produktion wir haben arbeitsmarktdaten am donnerstag auch dass ich am freitag obwohl freitag natürlich feiertag ist da wird nicht viel los sein sowohl in deutschland als auch den usa arbeitslosen zahlen gibt es aber trotzdem das so zur kommenden woche was steht bei uns in der kommenden woche noch an morgen gibt es den großen rückblick auf unser depot auf die quartalszahlen wir gucken wir uns nun so mal an wer hat unser depot entwickelt was machen unsere investmenthypothesen wie waren die quartalszahlen im rückblick und es gibt auch wieder den neuesten start des aktienbasen kurses wieder teil 1 in diesem monat das heißt da geht es wieder von vorne los für alle die wieder neu einsteigen wollen wie sieht das ganze bei uns aus im laufe der woche beziehungsweise morgen schon klappt sie einfach mal im sommer auf wir werden einen rückblick machen auf jeden titel das ganze sieht ungefähr so aus wir gucken uns an was war die prognose des unternehmens wie waren die tatsächlichen ergebnisse was waren so die einzelnen facts und news in diesen quartalszahlen wir gucken wir uns an welche positionsgrößen haben wir wie sind unsere hypothesen dazu wie ist die aktuelle performance im gesamtdepot und auch der einzelnen titel und was hat da die dividende für einen ausschlag gehabt genau letztlich werden wir überprüfen ob das noch zutrifft warum wir die aktie gekauft haben oder ob wir nachkaufen oder nachschaufen gegeben oder ob wir sagen oder hat sich aber was ganz verändert in der hypothese und so geht es dann weiter so wir haben ganz ganz knappes abstimmungsergebnis habe ich schon sagen haben wir schließen in dem moment die umfrage und es ist tatsächlich so dass 46 prozent für ja gesagt haben bei on und drei 54 prozent für nein knapp sehr knapp sehr knapp aber so ist es ist ja hier eine demokratie muss man sagen das heißt wir werden nicht demokratisch entschieden wir werden nicht einkaufen das heißt wir werden uns einen neuen titel dann wieder widmen in der nächsten woche wie gesagt das zur investmentwerkstatt werden wir uns genau angucken für alle die es nicht mitbekommen haben wir haben eine neue option verkauft gestern gab es dazu eine nachricht im aktienmitgliederbereich gerne da einmal reinschauen sehr gut damit sind wir am ende und ja ich würde sagen vielen dank und bis zur nächsten woche diesen sinne gute woche gute trades unterstanden